Ich möchte dir in diesem Quick-Tipp einfach mal drei Möglichkeiten zeigen, wie du ganz einfach deine Arbeitsfläche erweitern kannst. Zum einen könntest du dir einfach dein Freistellungswerkzeug nehmen und mithilfe dieser Anfasser diesen Rahmen größer ziehen, als dein Bild eigentlich ist. Wenn wir das nämlich machen, dann wird nämlich genau dieser Bereich hier außerhalb deines Bildes als Arbeitsfläche hinzugefügt. Wenn wir das Ganze mal bestätigen, passiert genau das und so hast du ganz einfach deine Arbeitsfläche erweitert. Variante Nummer zwei, stell dir vor, du möchtest ein Vorher-Nachher präsentieren und brauchst dieses Bild in genau der gleichen Größe jetzt nochmal hier rechts daneben. Dann gibt es hier zwei ganz einfache Möglichkeiten. Zum einen könntest du Command bzw. Steuerung Alt und C drücken. Das ist nichts anderes als Bild und Arbeitsfläche. Und könntest hier sagen, dass du eine Breite von 200% haben möchtest. Das bezieht sich, also 100% bezieht sich auf die eigentliche Breite dieses Bildes. Das Bild hat jetzt eine Breite von 7.360 Pixel, das sind 100%. Und wenn ich jetzt den Startpunkt, also diesen Anker, hier ganz links setze, in der Mitte, hier, und sage, das Ganze soll eine Breite von 100% haben, dann berechnet sich das von diesem Ankerpunkt bis an die rechte Kante des Bildes. Das sind 100%. Wir wollen das Ganze aber um die gleiche Breite nochmal hier rechts daneben haben. Also sagen wir einfach eine Breite von 200%. Okay. Und so wurde das in der gleichen Breite nochmal hier rechts angefügt. Das können wir ganz leicht mal kontrollieren, indem wir uns die Ebenen duplizieren und einfach mal hier rechts daneben setzen. Und du siehst, das ist genau die gleiche Breite. Das ist Variante Nummer zwei. Ich mache das mal wieder rückgängig. Variante Nummer drei ist auch ganz einfach. Ich klicke einfach einmal Command bzw. Steuerung und A, um eine Auswahl von der ganzen Arbeitsfläche zu machen. Dann gehe ich auf Auswahl, Auswahl transformieren und mache jetzt hier genau das gleiche. Der Ankerpunkt soll hier ganz links in der Mitte sein, also hier. Und ich möchte eine Breite von 200% haben. Bestätige das einmal. Das ist jetzt die Transformation von der Auswahl. Okay. Und wir können ja aus jeder Auswahl ein Freistellungsrahmen machen. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Auswahl. Jetzt gehe ich auf das Freistellungswerkzeug. Und jetzt passiert genau das gleiche, was wir in Variante Nummer eins gesehen haben. Wir haben die Arbeitsfläche größer gezogen, als das Bild eigentlich ist. Und wenn wir das Ganze jetzt noch einmal mit der Enter-Taste bestätigen, beziehungsweise zweimal, dann wird die Arbeitsfläche um genau 100% wieder erweitert. Und auch das können wir ganz leicht kontrollieren. Ebene wieder duplizieren, verschieben, Werkzeug nehmen und das Ganze einmal nach rechts verschieben. Und wir sehen, es hat auch hier genau die gleiche Breite. Und so einfach kannst du die Arbeitsfläche von deinem Bild erweitern.